Musik 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 Ich hab grad einen Skype-Spruch Uh, mal guck mal wer lernt Ich hab grad einen Skype-Spruch gesagt Ja und? Ja Julian, immer noch einen Klicks Ja, ja Lennart Übrigens hab ich zwei Haushühner Kannst mal vorbeikommen Das Drehen der Haushühnchen Timmy und sein Freund Tommy Wie kann man denn diese Namensschilchen machen? Die kann man nur in Dungeons finden Ich kann leider nicht, äh Ich konnte leider nur einen Shit drüber passieren, weil Ex-Pro hat sogar zwei Namensschädchen gefunden, aber die würde mir nicht geben Klack 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 Ey, was denn? Wollt ihr helfen? Jetzt wirst du nicht mehr Du weißt, wenn man einen großen Trug ist richtig viel Ja, ich weiß Soll ich jetzt mal ein bisschen gradigen? Nein Nein, nee, erst mal ein Deal Ich hab uns schon in Niterwazen fahren, die kann ich nicht mehr Ja, kann ich nicht mehr Ja, kann ich nicht mehr Ne geben An Niterwazen Ne, warte Ne, warte, ich mach an den Handel bevor, weil ich noch genau ein Tieren Ja, weiß ich nicht mehr Dann hat ich noch ein Niterwazen übrig ich bin ich gerade nicht die Hälfte und Abmeldung ab was 16 17 ein Tier für die Niederwachsen sonst noch 16 also insgesamt um ich habe ja genug hier hier ich werde die Gehen siebzehnte wir sollen sehen dann hat genug falls du brauchst ich hab und haben geboten die brauchen ich weiß noch nicht ob die nicht brauchen also ich nichts sobald ich weiß wenn man bleibt mit schlachten ich bin ich er war da kann ich nicht geben r nein es ist gestorben als in der Wand verreckt ist karl und der die Samen kreis Kuhl 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 Letzte Zeit habe ich gar nicht mehr so viel Auswahl an Essen. Ich muss mal mehr ernten. Früher habe ich immer dauernd mein Fett gern, weil ich in der Nähe war. Gerade mache ich das nicht mehr, deswegen habe ich voll wenig Essen. Also nicht voll wenig, aber naja. Oh, wie traurig. Kuhl Kuhl Alter, Niederwarzen hab הפarmen. Junge! Wie viele! A Hissy Alter, wie viele! Ich habe gerade aus einer Ernte habe ich … also mit dem was ich übrig habe habe ich 2-30 Niederwarzen gekriegt. Ich auch so. Ich habe übrigens, Deinen Keller habe ich jetzt mal aus Stein gemacht. Ich hab Deinen Haus durch Stein ersetzt. Ja sondern ich hab einen Kuppelstil durch Stein ersetzt. Ich hab überwürgt. Ja, komm. Hier, komm. Wo? Ja, bei deinem alten Haus, meinte ich. Bei meinem Haustalding. Oh, nice. Haben sie deine Farm nicht mehr ab? So machst du gerade. Ich hab einen Diamantenhau gemacht, ne? Oh, hier kannst du ein paar Neterwarzen haben, so als Starter-Kid. Habt ihr mal ein paar Sechs? Kannst du mir noch Glas geben, vielleicht? Ah, ja, stimmt. Für Glasflaschen? Nee. Also, einfach so, okay. Ich hab übrigens mit Exo-Gestern ein paar Speedtränke verbraucht, deswegen werd ich gleich mal ein bisschen braun auch. Hast du Speedtränke? Jo, klar. Jetzt nicht mehr, weil ich die alle verbraucht hab, aber ich hatte. Junge, ich bin 24 level. Ey, ich level jetzt noch kurz die Nacht. Ich level noch kurz die Nacht, die ganze Nacht. Ich mach mal One-Hit in meinem Bogen, das ist voll geil. Ach, ich wollt ja mal Unendlichkeit drauf tun, aber was mach ich erst, wenn ich ne geile Spitzer gehabt? Spitzer ist besser, äh, ist wichtiger als Unendlichkeit. Ich hab momentan nämlich genug Pfeiler. Oh lol, der hat's überlebt. Skeletter, ja, komm. Komm, Skeletter, und... Shoot the Creeper. Komm, schieß, 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 schieß. Nein! Nur deswegen, wegen dir ist der Creeper explodiert. Oh, nee, das war so gut. Oh, sehr interessant. Oh, sehr interessant. Ja, du weißt schon, was hier, ne? Äh, Niederwarzenfarm bauen? Ja, so ähnlich. Ähm, wie baut man sich jetzt noch einen Trankstechen? Äh, ein, ein Lohnrot und drei Kobbelstern. Man kann die nicht auf viele Arten anfangen. Und ich hoffe, es weiß, wie es geht. Komm, wir rücken für die nächste halbe Stunde oder so weg. Yeah, meine Schwester freut sich, dass ihr jetzt in der Aufnahme war. Ja, was? Meine Schwester freut sich, dass ihr gerade in der Aufnahme war. Kannst du gerade oder? Was, nein, die ist gerade in mein Zimmer gekommen. Ich habe einfach losgelabert, wie meine Schwester halt ist. Die klopft nicht an oder guckt kurz, was ich gerade mache. Dann geht ihr einfach rein und labert um die Scheiße und geht dann wieder weg. Oh, da hast du ja gar keine Privatsphäre. Nope, habe ich auch nicht. Du hast gar kein Leben. Doch, das habe ich. Ach, Julian, erfährt doch nichts vom Pferd. Hm, apropos Pferde. Sollen wir mal irgendwann nach Pferden suchen? Oh, ich habe doch gar nicht gesehen, obwohl wir vor die Gegend erkunden haben. Ich bin exo, 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 nicht. Ich bin stolz auf dich, Julian. Noch über 120 Folgen, der ist für mein Kopf, der nicht langsam. Oh, ja. Ich bin level 6 und 20. Was? Stirb. Hey. Obst du dich gestorben? Und was hast du heute schon so gegessen? Ähm, ich habe ich gegessen. So ein komisches Brotteil. Also so ein komisches Brot eben. Dann habe ich gegessen Mittagessen und zwar von Bofrost so eine Pfanne. Oh, lecker. Hm. Krass, ich habe dich enthalten. Hey, wie ich die nochmal? Ach, vergessen. Aber ich wollte auch Flaschen mitnehmen. Achso, ich würde Glas bringen. Sorry. Schuld, ich bring's dir. Bin grad voll abgelegt. Das merkt mich. Jupp. Oh, Zombies. Zombies. Wer habt? das liegt das liegt zwei kopflose Zombies das ist gerade kopflos gesagt was ist daran lustig? das ist eine ernste Angelegenheit, Lennart aber kann man nicht lachen gibt's kopflose Zombies in Minecraft? ne, aber hier im Zweck über die Co. auf Tech-Chopec naja, stimmt mal ein Skelett, geh drauf Creeper auch du auch ja, genau hey, warum ist das ein Skelett nicht draufgegangen? oh, jetzt hab ich... jetzt hab ich einmal vergessen oh, ja jetzt muss Kai rumschreien, ja ohne Straße alter, wie dumm sind die? ja, keine Ahnung, die spielen grad verstecken oder fangen oder sonst was du denkst du, Exor würde ausrasten, wenn man den Baum von ihm abfackelt? der würde mich wahrscheinlich... wahrscheinlich sehr oft killen fang ich aus wen? mich der, der das macht? ja, natürlich kannst du doch mal ausprobieren, wenn du willst ne, ich geh lieber in den Wald und fackel den ab boah, Leonard ich hab das letzte Folge voll viel nachgepflanzt Brandrodung aber du brennst ja nicht wirklich den Wald ab, oder? Lennart, du wackelst aber jetzt nicht wirklich den Wald ab, oder? steh zu meinem Wort boah, Lennart, bitte nicht das ist auch nicht lustig oder so hihi was? hihi hihi hat er gerade gesagt BG oder BB oder was hat er da gesagt? hihi ja bis gleich hihi wie machst du nochmal deinen komischen Ironie, Smiley? warte, ich brauch noch diesen einen Strich in der Mitte, der die Nase ist oder so Punkt warte hast du das da geantwortet? hihihi Ironie, Smiley for the win schaffst du das? ich finde das ist gar keine Ironie das ist so ein ein Face, was du mal machst, wenn ich einen perversen Witz getroffen hat eben warte 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 p mm jaja die Witze, ihnen... diet hihi z warte hihihi 3 4 5 6 7 8 9 weil ich wollte doch wasserflaschen holen und aus der Brust und Glasscheiben oder Glas 19 20 21 von 5 5 5 5 5 9 5 3 1 2 1 4 Super. Oh, super. Oh, alter. Super. Was? Alter, wieder rumschreien. Das höre ich. Ich weiß, das sind doch voll die Mongos. Sag mal auf, um rumzuschreien da draußen. Na, ich kann das mit so nichts machen, weil ich da keine Luft kriege. Bei mir ist 17 Uhr, alter. Ja, normalerweise, an einem normalen Shooter wäre jetzt schon irgendwie 20 Uhr oder so. Naja, was gibt es heute? Heute gab es Zeugnisse, wie alle Verteilungen. Ja, total. Ich finde einen Durchschnitt von 2,3 gar nicht mehr so schlecht. Oh, das ist am tiefsten Geheimnis zuvor. Oh, ich habe einen Durchschnitt von 2,6. Oh. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht. Ja, 2,3 meine ich nicht, 2,6. Ich habe einen Durchschnitt von 2,3, so ist das nicht schlecht, oder doch? Ja, ich sage immer nur 2,5, was drüber ist, da plant ich den Selbstmord und wenn, das ist ganz klingt. Du warst das jetzt mal ein Durchschnitt von 2,5, 1 oder sowas. Ja, ja, aber, äh, da plant ich ja nicht, nein, ich meine, was ist schlecht, also so 2,6 und so. Da plant ich den Selbstmord. Das Leben kann so mehr. Alter, ehrlich jetzt. Nö. War irgendwie zu erwarten.